Nun, die Neuigkeiten sind nicht besonders gut. Nach allem, was ich von Matras erfahren konnte, wird der Palast von Schwarzfrost von einer weiteren seiner Konkubinen bewacht. Und es sieht ganz so aus, als ob sie zu stark für mich ist. Tja, daran hat wohl nie jemand gezweifelt, meine Kleine, wenn ich so ehrlich sein darf. Aber noch ist nicht alles verloren. Wie ich dir schon sagte, wenn du es schaffst, die drei anderen Konkubinen auszuschalten, wird dadurch die Macht der Hüterin deutlich geschmälert. Wohingegen unsere eigene Macht wächst. Das ist der Plan. Falls jemand mitkommen will, dann gehen wir gemeinsam los und spüren diese Monster der missverstandenen Liebe auf. Ich zähle darauf, dass die anderen das Lager bewachen. Es wird hier wohl ziemlich bald ziemlich heiß werden. Umso mehr, wenn wir diese Sache hier versauen. Ich kann mit dir kommen. Ich mag zwar nicht die Fähigste unter uns sein, aber ich weiß, wie ich mich nützlich machen kann. Du kannst dich auf meine Hilfe verlassen. Du bist bestens geeignet, um mir zu helfen, Sibyl. Daran habe ich keinen Zweifel. Ich habe schon so viel von dir gelernt. Es wird Zeit, dass sich dieses Wissen auszahlt. Der Ritter hat auf genau so eine Gelegenheit gewartet. Auf einen aussichtslosen Kampf, bei dem er um des Sieges Willen sein Leben aufs Spiel setzen kann. Dann mal auf in diese aussichtslose Schlacht. Aber ich würde nicht darauf wecken, dass es unsere letzte wird. Wir haben noch einiges durchzustehen. Ich komme mit. Ich bin der beste Jäger, den du finden wirst. Und ich habe mit diesen Huren noch eine Rechnung auf. Ich bin mir nicht sicher, ob du hierfür bereit bist. So kurz nach dem Massaker an deinen Brüdern. Ich bin elf genug, um diese Entscheidung allein zu treffen. Meine Güte. Diese Konkubinenjagd klingt nach einer Menge Spaß. Ich werde dir helfen, indem ich die Aufmerksamkeit derjenigen auf mich lenke, die man die Pirscherin nennt. Ich sorge dafür, dass sie auf ihrer Seite der uralten Brücke bei den Stadttoren bleibt. In der Zwischenzeit kannst du dich um ihre zwei Schwestern kümmern, ohne fürchten zu müssen, dass dich irgendwer dabei stört. Ich würde dir allerdings raten, keine Zeit zu verschwenden. Ich bin mir nicht sicher, wie lange sich dieses ungebildete Geschöpf von meiner gepflegten Konversation ablenken lässt. Hier, dieser Gegenstand sollte dir von Nutzen sein. Ich weiß zwar nicht, ob er so funktioniert, wie er soll, oder wie lange seine Wirkung anhält, aber ich musste eben etwas improvisieren. Oh, dann vielen Dank, denke ich mal. Was genau bewirkt er? Wenn es denn klappt, dann macht er das Gleiche wie die Säulen, nur dass man ihn mit sich herumtragen kann. Ihr minimiert die verderbende Magie in deiner unmittelbaren Umgebung. Die Konkubinen und die Untoten, die du triffst, werden dadurch deutlich geschwächt werden. Klingt toll. Danke, Lyestas. Ich muss aufbrechen. Viel Glück. Gleichfalls. Sibyl, kannst du reden? Ja. Ich will dir ein paar Fragen stellen. Was möchtest du wissen? Bis später. Rellmar, hast du eine Minute? Ja. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Wechseln wir das Thema. Ich lasse dich allein. Matras, hast du ein paar Minuten? Ich habe eine ganze Ewigkeit. Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen. Wir reden später. Wir reden später. Hier wurde das Thema. Hier steht es. Das war's für heute. 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 Damit wäre das auch erledigt. Diese Türschlöpfe wird die anderen nicht mehr alarmieren können. Die Begleitung des Ritters kämpft mit Anmut und Wildheit. Es ist eine Freude, Zeuge von solchem Geschick in der Schlacht zu werden. Wirklich? Und dabei dachte ich, dass mich diese Rüstung fett macht? Der Ritter sieht keine Rüstung, wenn er dich anschaut. In Ordnung. Jetzt wird es aber langsam gruselig mit dir. Die Begleitung des Ritters weiß doch, dass der Ritters nicht so meint. Die Begleitung des Ritters ist ein Schuss. Die Begleitung des Ritters ist ein Schuss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.